So Nina, dann machen wir heute mal ein bisschen Gymnastik, ne? Dann kommst du von rechts an über das Kamaletti und dann linksrum weiter hier über die Reihe. Ich weiß aber nicht, ob das heute direkt klappt, weil die ist echt zickig. Ja, wir schauen mal. Fang mal an. Huch, die ist aber wild hier. Oh, alles gut? Oh, mein Knie. Ich glaube, das wird richtig blau.